Herzlich willkommen zum Boxcryptor Webinar für Teams. Heute in Deutsch und zwar aus Augsburg von der Secomba GmbH. Mein Name ist Phile Wittek, ich bin Technical Sales Manager bei der Secomba GmbH für Boxcryptor und heute Ihr Host beim Webinar. Thema heute ist Boxcryptor für Teams und zwar anhand von OneDrive und SharePoint speziell, wenn Sie während dem Webinar Fragen haben. Es freut mich immer besonders gerne, wenn ich Fragen bekomme, da kann ich ein bisschen mit Ihnen interagieren. Wir haben hier die Möglichkeit, bei Zoom einmal den Chat zu verwenden oder eben die Frage und Antwort bzw. Q&A-Funktion. Da können Sie mir gerne Fragen stellen. Ich versuche, alle Fragen während dem Webinar direkt zu beantworten, insofern es reinpasst. Wenn eine Frage jetzt wirklich den Rahmen, sage ich mal, sprengen würde, dann würde ich definitiv nach dem Webinar auf Sie zurückkommen. Aber genau, bitte stellen Sie Fragen, freut mich immer sehr und wenn irgendwas unklar ist oder wenn Sie gerne was genauer sehen möchten, würde ich es Ihnen, wie gesagt, wenn es im Rahmen passt, gerne vorstellen. Ansonsten, wir sind immer für Sie erreichbar. Ich bin immer für Sie erreichbar an die sales.boxcryptor.com oder direkt an mich. Ich bin Philipp Wittek an die pw.secomba.com. Und ja, dann würde ich eigentlich schon ganz gerne starten. Sie sehen jetzt alle hier bei mir, wir sind auf der boxcryptor.com Webseite und falls Sie Boxcryptor noch nicht heruntergeladen haben oder sich noch nicht registriert haben, können Sie hier oben Boxcryptor downloaden oder eben hier über für Teams direkt Ihren Account erstellen und zwar hier kostenlos testen. Wir bieten Ihnen mit dem Company-Paket einen kostenlosen 14-Tage-Test. Den kann ich Ihnen aber auch gerne verlängern, wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben. Und da sehen Sie schon, Sie benötigen ein Passwort und das wird sich so ein bisschen durchziehen bei Boxcryptor. Unser Anspruch mit Boxcryptor ist eigentlich, Ihnen die komfortabelste, aber trotzdem sicherste Verschlüsselungslösung zu bieten. Und damit Sie als Nutzer oder Ihre Nutzer nicht mit Schlüsseln hantieren müssen, machen wir mit Boxcryptor eigentlich alles, ist in unserer technischen Dokumentation auch beschrieben, mit Ihrem Account und mit Ihren Passwörtern. Wir sind ein Serial-Knowledge-Dienst, das heißt, wir haben keinen Zugriff auf Ihr tatsächliches Passwort. Wenn Sie also Ihr Passwort verlieren, Ihr persönliches Passwort, haben wir keine Möglichkeit mehr, Ihnen das wiederherzustellen. Aber mit dem Company-Paket haben wir natürlich den Masterkey. Und wie der funktioniert und wie er Ihnen helfen kann, zeige ich Ihnen später. Ich habe schon einen Account erstellt, unser John Doe at Boxcryptor.com. Und das ist heute unser Administrator-Account. Über Boxcryptor.com slash App melde ich mich an. Und jetzt im ersten Teil von meinem Webinar gehe ich ein bisschen auf die Verwaltung und auf die Erstellung von so einem Company-Paket mit Boxcryptor ein. Und im zweiten Teil gehen wir dann wirklich auf den Client, auf das Gerät und dann zeige ich Ihnen, wie Sie verschlüsseln, wie Sie Berechtigungen verwalten können. Im ersten Login haben Sie jetzt hier, wie das grüne Layout zeigt, sind Sie in Ihrem privaten Account. Das heißt, hier haben Sie einfach die Möglichkeit, Ihr Konto zu verwalten. Sie können zum Beispiel Ihre E-Mail-Adresse ändern. Sie sollten sich auf jeden Fall für unseren Newsletter anmelden. Da gibt es in Kürze sehr große Neuigkeiten oder es gab schon die ersten Neuigkeiten, und zwar unsere zukünftige Microsoft Teams-Integration. Als nächstes haben Sie tatsächlich, wenn Sie Ihr Passwort kennen, die Möglichkeit, Ihr Passwort auch zu ändern. Sie haben die Möglichkeit, einen zweiten Faktor festzulegen. Da nur ganz kurz der Hinweis, dieser zweite Faktor, den Sie hier sehen mit dem grünen Layout, bezieht sich wirklich nur auf die Authentifizierung von Ihrem Account. Die Einstellung für Ihr Unternehmen, für Ihr Unternehmensaccount, zum Beispiel, dass alle Nutzer einen zweiten Faktor benötigen, das machen wir dann später. Hier, wie gesagt, nur wirklich für Ihren Account. Als nächstes sehen Sie, in welchen Gruppen Sie Mitglied sind und welche Geräte. Da sehen wir, ich bin aktuell hier auf diesem Gerät angemeldet und ja, eine aktuelle Live-Sitzung, Web-Sitzung. Was hier spannend ist, Sie können hier Geräte entfernen, denen Sie nicht mehr trauen. Angenommen, Ihr Gerät wird gestohlen, zum Beispiel, und Sie waren mit BoxHub dann noch eingeloggt. Dann können Sie hier eben ein Gerät entfernen und werden automatisch dann, oder das Gerät, da wird der BoxHub der Client ausgeloggt. In der Hilfe-Funktion, wir haben wirklich sehr ausführliche Hilfeseiten. Ah, hier kommt der Logout, den ich gerade gemacht habe. Wir haben sehr ausführliche Hilfeseiten, die kann ich Ihnen nur empfehlen. Und wenn Sie einmal Fragen haben und unseren Support direkt kontaktieren, Sie haben zwar die Möglichkeit, über support.boxwip.com uns eine E-Mail zu schreiben, aber wenn Sie es über Ihren Account machen, und zwar hier Support kontaktieren, ja, dann wird Ihre Nachricht von Anfang an höher priorisiert, da Sie eben wahrscheinlich von einem Company Account schreiben. Also das wäre der präferierte Weg für uns. Genau. Und im letzten Punkt, Entschuldigung, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Schlüssel zu exportieren und Ihr Konto zu löschen. Schlüssel exportieren ist wirklich eher ein Feature, das als Backup anzusehen ist. Und ja, der Schlüsselexport zeigt natürlich nur die Schlüssel zu dem Zeitpunkt. Das heißt, wenn Sie nach diesem Export zum Beispiel Ihr Passwort ändern würden, haben Sie auf diese nachherigen Daten keinen Zugriff mehr. Natürlich auch das Gleiche mit Berechtigungen zum Beispiel. Also wie gesagt, dieses Schlüsselexportieren ist wirklich eher als Backup-Lösung gedacht. Genau, jetzt sehe ich, wir haben noch ein paar neue Teilnehmer bekommen. Wenn Sie Fragen haben, gerne bitte in dem Chat oder über die Frage- und Antwortfunktion von Zoom. Genau. Ich habe jetzt hier unten links auf den Link geklickt und bin jetzt in der Organisationsverwaltung. Auch hier wieder statt dem grünen Layout sehen wir jetzt das blaue Layout. Das heißt, wir sind jetzt in der Verwaltung der Organisation. Ich gehe jetzt mal ganz schnell durch und wir gehen auf die einzelnen Punkte dann später genauer ein. Erster Punkt natürlich Organisation. Sie haben hier den, ja, die relativ wenig Optionen, und zwar Ihren Firmennamen zu ändern. Sie haben hier die Möglichkeit, den Masterkey einzurichten. Das werden wir gleich machen. Sie haben eine Benutzerübersicht. Sie können den Benutzer eine Übersicht haben, aber auch verwalten. Das heißt, neue Nutzer hinzufügen oder deaktivieren und löschen. Im nächsten Punkt sehen Sie alle Gruppen Ihres Unternehmens und Ihres Unternehmensmitglieder. Sie haben eine Übersicht der Richtlinien, können hier auch die Richtlinien erstellen, modifizieren, löschen. Sie sehen Aktivitäten. Hier sehen wir zum Beispiel, genau, ich als John Doe habe mich angemeldet und das sehen Sie natürlich dann in Zukunft auch für alle Mitglieder, alle Nutzer in Ihrem Unternehmen. Und zu guter Letzt eben die Abonnementverwaltung des Firmenaccounts. So. Ich springe jetzt direkt zum Masterkey. Also der Masterkey ist für uns ein Feature, das speziell für Unternehmen, für Organisationen eingerichtet worden ist. Ich habe es vorhin ganz kurz schon erwähnt. Also wir, diese Comba GmbH ist mit Proxyptor ein Serial Knowledge Anbieter. Wir haben keine Möglichkeit, auf das Passwort zuzugreifen und vergisst ein Nutzer sein Passwort. Haben eben auch keine Möglichkeit, ihm den Zugang zu diesem Passwort wieder zu ermöglichen. Und im Prinzip sind alle Daten, die verschlüsselt worden sind, nicht mehr zugänglich für den Nutzer. Aber, genau, für Sie als Unternehmen, Sie können diesen Masterkey setzen und dann haben Sie die Möglichkeit, die Passwörter aller Nutzer zurückzusetzen. Sie können alle Gruppen verwalten und wahrscheinlich das Allerwichtigste, Sie können auf alle Daten, die von Mitgliedern Ihrer Organisation verschlüsselt worden sind, diese können Sie wieder entschlüsseln. Und, ja, Anwendungsfall zum Beispiel, ein Mitarbeiter verlässt urplötzlich das Unternehmen, ein Mitarbeiter vergisst sein Passwort, da haben Sie in der Administration eben die Möglichkeit, mit diesem Masterkey auf die Daten zuzugreifen. Der Masterkey ist, ja, per Default nicht gesetzt, aber das ist, ja, wie gesagt, das wichtigste Feature und deswegen will ich den gleich mal einrichten. Dafür brauchen wir eigentlich nur den Benutzer-Account-Passwort vom Administrator und im nächsten Schritt wird dann das Masterkey-Passwort gesetzt. Und über dieses Masterkey-Passwort wird eben der Masterkey erzeugt. Genau, also wenn Sie Fragen haben dazu, zum Masterkey gerne jetzt in den Chat, natürlich aber auch später gerne. Genau, so schnell ging es im Prinzip. Der Masterkey ist jetzt gesetzt und wir haben jetzt noch keine Nutzer in unserer Organisation. Angenommen, Sie hätten schon Nutzer in Ihrer Organisation und würden den Masterkey erst später aktivieren, wären jetzt alle Nutzer automatisch ausgeloggt worden, hätten sich neu anmelden müssen und ein neues Passwort vergeben, weil eben dann der Masterkey zu Ihren Schlüsseln hinzugefügt hätte werden. Genau, im nächsten Schritt haben wir die Benutzerverwaltung. Auch hier ganz kurz, ich habe ja gesagt, das Webinar ist ein bisschen aufgeteilt. Erster Teil ist diese Web-Oberfläche für die Administration, zweiter Teil ist der Client. Sie hätten natürlich immer die Möglichkeit, Benutzer später hinzuzufügen, aber ich werde das jetzt schon machen. Sie haben ja ganz verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Benutzer hinzufügen möchten. Ich gehe heute den einfachsten Weg und zwar schlichtweg über die E-Mail-Adresse. Aber Sie haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, eine CSV-Datei mit Benutzernamen und E-Mail-Adressen zu importieren. Sie haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel über Benutzerverzeichnis, Active Directory oder LDAP hinzuzufügen. Und für unsere Enterprise-Kunden bieten wir eben auch eine Anbindung, eine Single Sign-On-Anbindung an. Wenn Sie Interesse haben an diesen Single Sign-On, speziell unter Enterprise-Lizenz, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder einfach nach dem Webinar, wenn ich Ihnen dann die Aufzeichnung zuschicke, können Sie sich gerne kontaktieren und da gebe ich Ihnen ein paar Informationen mehr dazu. Genau. Wir werden heute den schlichtweg einfachsten Weg gehen und zwar einen Nutzer über seine E-Mail-Adresse hinzuzufügen. Und dazu nehmen wir Janeville. Genau. Das BoxUp.com-Paket beginnt bei fünf Nutzern. Ich werde es heute bei einem Nutzer belassen. Das erklärt eigentlich alles und ich kann damit alles präsentieren. Aber wie gesagt, Sie könnten jetzt noch natürlich drei weitere Nutzern hinzuzufügen. Wenn Sie diesen Weg gehen, über die E-Mail-Adresse einfach hinzuzufügen, bekommen Sie ein temporäres Passwort und das müssen Sie dem Nutzer mitteilen. Der Nutzer muss sich dann bei der ersten Anmeldung das Passwort gleich wieder ändern. Das sehen wir später auch, weil wenn ich Ihnen die Funktionsweise vom Masterkey demonstriere, werden wir kurz auf den Jane Doe-Account zugreifen. Dann sehen Sie, wie es für Ihren Nutzer quasi der erste Login aussieht. Genau. Jetzt haben wir unsere beiden Nutzer, John Doe und Jane Doe. Jetzt können wir zum nächsten Schritt gehen und zwar die Gruppenverwaltung. Gruppen sind eigentlich die beste Möglichkeit, um Berechtigungen zu verwalten. Wir empfehlen es hier auch schon sehr und Sie vereinfachen einfach alles. Die Sache ist so, Sie können natürlich einzelne Nutzern über Ihre E-Mail-Adresse eine Berechtigung geben. Aber was dann passiert ist, dass jedes Mal, wenn Sie alle Nutzer zum Beispiel hinzufügen oder entfernen, die Schlüssel werden angehängt. Die Datei muss im Prinzip komplett neu synchronisiert werden mit dem Cloud-Speicherdienst. Wenn Sie Gruppen verwenden, wird lediglich der Gruppenschlüssel angehängt. Das heißt, Sie können innerhalb einer Gruppe Nutzer entfernen oder wieder hinzufügen. Und ja, die komplette Synchronisation von neuen Schlüsseln entfällt dadurch, weil es eben nur noch mit dem Gruppenschlüssel gearbeitet wird. Aus dem Grund empfehlen wir immer eins. Das erste ist, eine eigene allgemeine Gruppe zu machen fürs Unternehmen. Ich nenne die jetzt schlichtweg alle und erstelle die Gruppe einmal. Genau, bei Ihnen wäre das jetzt zum Beispiel die Unternehmensgruppe. Genau. Und da wir den Master Key aktiviert haben, müssen wir den Master Key einmal angeben. Bis jetzt haben wir noch keine Fragen, aber ich kann Sie nur gerne nochmal darauf anschreiben. Stellen Sie mir gerne Fragen. So, und wir fügen natürlich Jane Doe hinzu. So. Genau, wir haben jetzt einmal eine Gruppe alle. Und aus Demonstrationszwecken würde ich jetzt noch eine Gruppe erstellen. Wir können die jetzt zum Beispiel Personalabteilung nennen. Ich vermute mal, viele von Ihnen werden eben, ja, genau, oh, ja, die erste Frage, ist die Anzahl der Gruppen begrenzt? Nein. Also, technisch schon bei Gruppen Millionen etwa, aber ich sage mal, tatsächlich werden Sie wahrscheinlich nicht an dieses Limit kommen. Und wenn doch, dann ändern wir eine Variable. Also, grundsätzlich nein. Und Sie können eben auch Gruppen zum Beispiel, wenn Sie eine Active Directory Anbindung haben, über das Active Directory hinzufügen. Beziehungsweise, Entschuldigung, synchronisieren und eben da mit Gruppen arbeiten. Genau. Gut. Kurz vor, können die Gruppen verschaltet werden? Was meinen Sie genau mit verschaltet? Genau. Ah, beziehungsweise ganz kurz, ich werde jetzt einfach mal ganz kurz den John Doe entfernen aus der Gruppe. Ah, Inhaber der Gruppe. Alles klar, machen wir. Ach, verschachteln. Nee, dieses Feature haben wir noch nicht, aber ich würde es aufnehmen. Genau. Klingt interessant, warum eigentlich nicht, aber wie gesagt, aktuell haben wir jetzt so eine Verschachtelung von Gruppen nicht. Aber theoretisch können Sie die Berechtigungen auf Dateiebene dann tatsächlich, die könnten Sie verschachteln, wenn Sie möchten. Genau, wir haben jetzt zwei Gruppen erstellt, alle und Personalabteilung. Und wie gesagt, nochmal ganz kurz, weil es eben schon wichtig ist, ich empfehle immer wirklich die Berechtigungen mit Gruppen zu verwalten und nicht über einzelne Nutzer. So, im nächsten Schritt Richtlinien. Wir bieten eine ganze Menge Richtlinien an, je nachdem, was für Compliance-Angaben Sie haben oder Vorgaben besser gesagt, wie Sie genau das eben alles einrichten möchten. Da gebe ich Ihnen jetzt noch einen ganz kurzen Überblick und ja, wir können mal exemplarisch eine Richtlinie festlegen. Erst ist natürlich, dass Sie den Zugriff beschränken können auf IP-Adressen oder auf Ländern. Auch zum Beispiel interessant Nutzung auf das Land der Anmeldung beschränken, das können Sie auch machen. Im Fall zum Beispiel, ja, dass ein Gerät geklaut wird, aber wie gesagt, da könnte man es auch theoretisch über das Account löschen. Als nächstes haben Sie das Konto. Sie können für einzelne Accounts oder auch für ganze Accounts, für alle das Auditing deaktivieren. Sie können den Schlüsselexport verbieten und per Default können Mitglieder einer Organisation ihren Account nicht zurücksetzen. Free-Accounts dürfen das schon natürlich. Und speziell in der Company-Lizenz haben wir es eben per Default verboten. Sie könnten es aktivieren, aber wie gesagt, dieses Zurücksetzen haben Sie ja die Möglichkeit mit Masterkey. Als nächstes ist die Authentifizierung. Sie könnten hier eine Two-Factor-App, also eine Authenticator-App erzwingen oder zum Beispiel Security-Keys wie UbiKey. Da haben wir eben auch alle Unterstützungen drin. Das könnten Sie hier erzwingen oder verbieten. Sie haben die Möglichkeit, eine maximale Anzahl an Geräten festzulegen. Speziell dann praktisch, wenn Sie zum Beispiel sagen, gut, meine Mitarbeiter dürfen ins Homeoffice, aber wirklich dann nur mit den Geräten, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Da könnten Sie zum Beispiel sagen, Begrenzung auf zwei Geräte, eben Laptop und Firmenhandy. Als nächstes ist die Verschlüsselung. BoxUnder bietet zusätzlich zur tatsächlichen Dateiverschlüsselung auch eine Dateinamenverschlüsselung. Das kann dann speziell interessant sein, wenn Sie zum Beispiel Schützenswerte oder personenbezogene Daten im Dateinamen haben. Gutes Beispiel hier, glaube ich, wieder ist die Personalabteilung, die zum Beispiel für jeden Mitarbeiter einen Ordner erstellt mit dem Dateinamen. Dann könnte man eben diese Dateinamenverschlüsselung erzwingen. Das heißt dann auch auf dem Cloud-Speicher ist wirklich der Dateiname nicht lesbar. Genau, Sie können die Gruppen. Ah, eine kurze Frage. Kann die Art des Geräts eingeschränkt werden, zum Beispiel keine Smartphones? Ja, da haben wir über die, nicht hier in den Richtlinien, aber da haben wir über die erweiterte Client-Konfiguration, haben wir da schon die Möglichkeit. Das wäre möglich. Also wenn Sie da wirklich in Ihrem Unternehmen genau diesen Anwendungsfall haben, können Sie gerne kontaktieren und da können wir Ihnen zeigen, wie Sie es beim Rollout zum Beispiel machen könnten. Genau, Gruppen. Es kann sein, dass Sie sagen, Sie möchten die Gruppen ganz klar selber administrativ festlegen, ohne dass die Nutzer groß selber aus Gruppen ausdrücken können oder Gruppen erstellen können. Das können Sie eben hier machen. Speicherorte, wir haben, klar, Boxstripto unterstützt so gut wie jeden Speicherort, also Cloud-Speicher, OneDrive, Dropbox, die ganzen Cloud-Speicher natürlich, aber auch File-Server, On-Premise, Netzwerklaufwerke, all das. Und da können Sie eben ein paar Konfigurationen machen. Sie können, ja, zum Beispiel einen Speicherort erzwingen, wenn Sie sagen, jeder Nutzer darf bei uns, muss bei uns die OneDrive verwenden, können Sie es erzwingen. Und Sie können aber auch sagen, ja, zum Beispiel die Dropbox soll verboten werden. Minimale Passwortlänge haben wir mittlerweile per Default, das meine ich, acht Zeichen, aber da können Sie eben auch je nach Unternehmensvorgaben noch mal hier was ändern und natürlich auch Passwortspeichern verbieten. Bearbeiten von Berechtigungen verbieten empfiehlt sich auch dann, wenn Sie sagen, Sie möchten nicht, dass Ihre User in Selbstverwaltung Boxstripto-Berechtigung verwalten. Ich würde jetzt einmal exemplarisch vielleicht die maximale Anzahl an Geräten festlegen. Da haben Sie einfach einen Wert, da können Sie zum Beispiel sagen 5 und im nächsten Schritt, das ist wahrscheinlich dann eher interessant, können Sie sagen, für wen das alles angewendet werden soll. Der Standard ist eben für alle aktuellen und neuen Nutzer, aber Sie können zum Beispiel auch sagen, Sie möchten einzelne Nutzer oder ganze Gruppen davon ausschließen. Und natürlich auch sagen, nur für ausgewählte Nutzer anwenden, genau, also wenn Sie sagen, Sie haben eine bestimmte Nutzergruppe, die wirklich nur zwei Geräte hat, dann dürfen Sie es auch nur benutzen. Das wäre jetzt so ein Anwendungsfall. Klar können die jetzt alle machen, ich sage es einfach für alle aktuellen und neuen Nutzer und so schnell ist eine Richtlinie eingerichtet. Gut, die Aktivitäten, da habe ich Ihnen vorhin einen kurzen Überblick schon gegeben. Im Prinzip gibt es hier nichts Spannendes. Sie haben natürlich auch immer die Möglichkeit, das Ganze zu exportieren. Kann dann interessant sein, wenn Sie zum Beispiel einen Datenschutzbeauftragten die Daten weiterleiten sollen. Dann haben Sie eben einfach die komfortable Möglichkeit zu exportieren und per E-Mail weiterzuleiten. Genau, Abonnement, also wenn Sie sich hoffentlich für einen Boxunterabonnement entscheiden, haben Sie eben hier die Möglichkeit, die Lizenz zu verwalten. Und vielleicht ganz interessant für Sie, also wir haben auch immer die Möglichkeit, während der Laufzeit die Lizenz zu erhöhen, also von 50 auf 60 Nutzer etc. Normalerweise innerhalb von 24 Stunden, also da gerne, da sind Sie ganz variabel. Gut, wir haben jetzt, wie gesagt, das Unternehmen an sich eingerichtet. Nochmal ganz kurz zusammenfassend, wir haben den Masterkey gesetzt, wir haben einen Benutzer hinzugefügt, wir haben zwei Gruppen erstellt, wir haben mal exemplarisch eine Richtlinie festgelegt. Das Ganze kann natürlich an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, aber im Grunde hätten wir jetzt schon eine fertige Boxunterorganisation. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt auf den Client. Wie gesagt, wenn Sie den Boxunter-Client noch nicht haben, können Sie es über unsere Webseite boxunter.com runterladen. Im Play Store für Android, im App Store für iOS, ist alles verfügbar. Dann, wenn Sie den Boxunter installiert haben, kommen Sie erstmal zur Anmeldemaske. Da können Sie sich einmal anmelden. Der erste Login auf einem Gerät dauert natürlich immer ein bisschen länger, wir müssen kurz die Keys synchronisieren. Und währenddessen haben Sie natürlich immer Zeit, mir Fragen zu stellen. So, bevor wir uns das Boxunterlaufwerk anschauen, also wir sind jetzt schon installiert, Entschuldigung, angemeldet, hier unten rechts sehen wir es, würde ich ganz kurz auf die Einstellungen eingehen. Mit Rechtsklick kommen Sie in die Einstellungen. Einmal sehen wir hier die Speicherorte. Auf diesem Gerät hier ist Dropbox und OneDrive installiert. Ich habe aber die Dropbox schon deaktiviert und nur die OneDrive. Sie haben hier aber die Möglichkeit, über diesen Hinzufügen-Button alle Speicher, die Boxunter nicht automatisch erkennt. Boxunter erkennt die meisten Speicher automatisch, aber könnten Sie hier hinzufügen. Das heißt zum Beispiel ein Netzwerklaufwerk oder auch einfach einen lokalen Ordner könnten Sie auch hinzufügen. Im Grunde alles, was irgendwo lokal als Datei oder physisch vorhanden ist oder man hat einen Zugriff darüber, kann auch mit Boxunter verwendet werden. Jetzt gibt es hier noch einen Gruppen-Tab, der wird bald entfernt. Ursprünglich war die Gruppenverwaltung auch über den Client möglich und das haben wir eben komplett jetzt in die Web-App verschoben. Als nächstes ist die Sicherheit. Sie haben hier einen App-Schutz, Passwortschutz und PIN-Schutz. Da bitte nicht verwechseln mit dem tatsächlichen Boxunter-Passwort. Es ist hier wirklich nur die App-Schutz. Das heißt, das Öffnen der Boxunter-App kann damit geschützt werden. Eben können Sie nochmal ein zusätzliches Passwort setzen oder einen PIN. Verschlüsselung, haben Sie hier die Dateilamenverschlüsselung. Und ich würde Sie heute mal empfehlen, dass wir die einfach aktivieren. Es ist immer so ein bisschen, vor allem hier im Webinar, eine visuelle Sache. Da sehen Sie einfach, kommt sofort, was verschlüsselt ist und was nicht. Wie gesagt, andererseits kann es auch wirklich praktisch sein und notwendig sein, diese Dateilnamenverschlüsselung zu aktivieren. Ansonsten haben wir hier noch eine kurze Kontoübersicht. Die wird später interessant für den Administrator, weil wir hier eben den Firmenschlüssel entsperren. Das kommen wir aber später dazu. Und im letzten haben wir noch erweitert. Da können Sie zum Beispiel, per Default ist das Boxunterlaufwerk das X-Laufwerk. Aber wenn Sie das schon belegt haben, können Sie das natürlich ändern. Nach Updates zu aktivieren, würde ich Ihnen immer empfehlen. Wir kommen so auf, ich schätze mal, ein Update, ein bis zwei Updates im Monat. Und genau, das ist natürlich immer wichtig, vor allem so eine Sicherheitssoftware wie Boxunter aktuell zu halten. So, jetzt Doppelklick auf Boxunterlaufwerk. Und wir sind schon, einen Moment, ich mache es Ihnen einmal schön. Genau, wir sind schon im Boxunterlaufwerk. Also das Prinzip hinter Boxunter ist folgendes. Es ist ein virtuelles Laufwerk, das Boxunterlaufwerk. Und über dieses Laufwerk können Sie in Zukunft auf Ihren Cloud-Speicher zugreifen. Und zwar ist dieses virtuelle Laufwerk wirklich virtuell. Da werden keine Daten gehalten, sondern die Daten liegen immer noch auf der OneDrive oder jedem anderen beliebigen Cloud-Speicher. Nur, was der Unterschied ist, wenn Sie bereits verschlüsselte Daten mit Boxunter haben, werden die in diesem Boxunterlaufwerk on the fly, fair und end schlüsselt. Das heißt, wenn Sie mit Boxunter arbeiten möchten, zum Beispiel eine Word-Datei bearbeiten und Sie speichern die in einen verschlüsselten Ordner im Boxunterlaufwerk, wird die Datei automatisch verschlüsselt. Wenn Sie die öffnen, wird sie natürlich auch on the fly entschlüsselt. Das heißt, Sie können damit arbeiten, Sie speichern ab und die Datei wird dann erst verschlüsselt auf die Microsoft-Server, in diesem Fall hochgeladen. Damit haben Sie eben eine komplette Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ich würde jetzt gerne zwei Fälle durchgehen. Und zwar einmal den Fall, Sie haben schon Daten auf der OneDrive, möchten diese verschlüsseln und das andere ist, Sie möchten erst auf die OneDrive migrieren und das über Boxunternehmen. Ich habe hier bereits in meiner OneDrive Firmen-Dokumente und hier sehen Sie, hier ist kein Indikator, dass die Datei schon verschlüsselt ist. Ich öffne mal ganz kurz noch ein Explorer-Bild. Genau, noch eine Frage. Gehen dann auch noch die MS-Features, wie zum Beispiel gemeinsames Arbeiten an Dokumenten? Leider nein. Es ist folgendermaßen, Microsoft kann den Dienst natürlich nur anbieten, weil Microsoft vollen Zugriff auf die Dateien hat und in dem Moment, wo sie natürlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das heißt, Microsoft hat keinen Zugriff auf die Daten, gehen diese Dienste leider nicht mehr um. Großes Aber, wir arbeiten dann was und ich denke, so in drei, vier, fünf Monaten vielleicht können wir da mehr darüber sagen. Es hängt auch mit MS-Microsoft-Teams-Integration zusammen, an der wir gerade arbeiten. Aber wie gesagt, aktuell dadurch, dass Boxunternehmen auf den Client läuft und wir eben, ja, also ich wiederhole mich, aber eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben, geht es leider aktuell nicht. Genau. Für Sie nochmal ganz kurz hier auf dem Bild links der Ordner Firmendokumente innerhalb des Boxunterlaufwerks, rechts der Ordner Firmendokumente nicht über das Boxunterlaufwerk, sondern nur über die OneDrive. Sie sehen, die Dateien sind noch nicht verschlüsselt und wir können, ja, ganz egal, wo wir darauf zugreifen, wir können sie öffnen. Wenn Sie jetzt also bestehende Dateien verschlüsseln möchten, geht das Ganze, ja, relativ simpel und soll über einen einfachen Rechtsklick im Boxunterlaufwerk Boxunter verschlüsseln. Boxunter bietet Sie einmal kurz, die Dateien zu schließen und verschlüsselt dann. Bitte beim ersten Mal nicht erschrecken, wir fügen hier einen Unterstrich Encrypted hinzu. Das machen wir einfach nur aus dem Grund, dass bei so einer Verschlüsselung von Daten, die schon auf der OneDrive liegen, kann es vorkommen, dass wir bedingt durch die OneDrive einen Sync-Konflikt haben. Den können Sie aber, sobald es verschlüsselt ist, gleich wieder entfernen. Jetzt sehen Sie hier schon, die Datei ist mit so einem grünem Icon markiert, das heißt also, die Datei ist verschlüsselt. Und hier rechts im OneDrive-Ordner haben wir, ja, die schönen chinesischen Schriftzeichen. Das heißt einfach, wir haben nicht nur die Dateinamenverschlüsselung, sondern die Daten sind hier auch verschlüsselt. Wir haben hier einen .bc-Datei-Anhänger und das heißt einfach, die Datei ist verschlüsselt. Hätten wir jetzt, ja, würden wir versuchen zu öffnen, geht es einfach faktisch nicht. Und jetzt der zweite Schritt, also wenn Sie jetzt arbeiten möchten mit den Dateien, könnten wir es zum Beispiel hier machen. Wie gesagt, diese Team-Datei, dieses Bild ist verschlüsselt, aber wir können es natürlich trotzdem öffnen. Das Gleiche würde zum Beispiel für diese Word-Datei gelten. Wir öffnen die Datei, die Datei wird on the fly entschlüsselt. Wir könnten hier die Datei bearbeiten, abspeichern und die Datei wird erst dann, nachdem sie gespeichert worden ist, verschlüsselt wieder mit OneDrive synchronisiert. Der zweite Anwendungsfall ist, Sie haben bereits, ja, Sie möchten jetzt erst auf die OneDrive migrieren. Jetzt habe ich hier einmal rechts meinen Dokumentenordner geöffnet. Da habe ich die beiden Ordner, Buchhaltung und Personaldaten. Wenn wir die wirklich einfach nur in Boxen reinziehen, fragt uns Boxen auf der Initial, möchten Sie die Dateien verschlüsseln? Wir sagen ja, die Daten werden rübergeschoben. Das blaue Icon zeigt kurz, die werden, ja, von OneDrive synchronisiert und sobald die Synchronisierung fertig ist, grüne Icon, die Daten sind verschlüsselt. Dieser Weg spricht, wenn Sie erstmal bestehende Daten, die noch nicht bei OneDrive hochgeladen sind, hochladen, hat natürlich aus datenschutztechnischer Sicht den Vorteil, Microsoft weiß zu keinem Zeitpunkt und wusste niemals, was diese Daten wirklich sind, sondern die liegen jetzt wirklich, ja, für Microsoft ausschließlich in verschlüsselter Form dran. Können wir ganz kurz wieder in die OneDrive und dann sehen Sie, alles ist verschlüsselt. So, jetzt zu den eigentlichen spannenden Themen. Wir vergeben Berechtigungen. Also aktuell ist es so, wenn wir hier einmal mit rechtsklicken Boxscriptor auf Berechtigungen verwalten gehen, sehen wir ja, der Nutzer John Doe hat natürlich, ja, die Berechtigungen. Und jeder andere Nutzer, der jetzt auf diese OneDrive auch Zugriff hat, das wäre jetzt in dem Fall die OneDrive, das heißt die Comba GmbH, aber bei Ihnen zum Beispiel im Unternehmen hätte jetzt, würde die Daten physisch sehen, aber hätte natürlich keinen Zugriff, weil er die Schlüssel dazu nicht hat. Jetzt haben Sie hier die Möglichkeit, eine Gruppe hinzuzufügen. Jetzt habe ich mir natürlich exemplarisch den Buchhaltungsordner ausgesucht. Ich würde jetzt einfach mal den Personaldatenordner nehmen, Berechtigungen verwalten, Gruppe hinzufügen, kann mir die Personalabteilung. Okay, anwenden, auch hier wieder die Daten bitte dann schließen. Und die Berechtigungen werden komplett vererbt. Also alles, was Sie jetzt innerhalb von diesem Personaldatenordner reinkopieren, erzeugen, etc., wird automatisch verschlüsselt, weil es eben in einem verschlüsselten Ordner ist. Und Nummer zwei, auch die Berechtigungen werden komplett vererbt. Das heißt, wenn wir uns hier diesen Arbeitsvertrag anschauen und Berechtigungen verwalten, sehen wir Personalabteilung und John Doe hat darauf Zugriff. Für unsere Firmendokumente würde ich gleich empfehlen, dass wir eben hier die Berechtigungen zur Gruppe alle hinzufügen. Genau, wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Jetzt warten wir mal ganz kurz, bis die Berechtigungen hier genommen werden. Berechtigungen, ja, jetzt dauert es gerade ein bisschen länger. Woran kann es liegen? Also im Prinzip immer, natürlich müssen die Dateien werden komplett neu erzeugt mit den Schlüsseln und die Synchronisierung über den Cloud-Sprecher. Jetzt möchte ich Ihnen einmal ganz kurz zeigen, wie die Berechtigungen aussehen, wenn man keine Berechtigung hat und wie wir den Firmenschlüssel nutzen können. Dazu melde ich mich einmal ab. Ich bleibe auf dem gleichen Gerät, aber ich werde jetzt auf den Account der Jane Doe zugreifen, die eben keine Berechtigung hat, auf die Daten zu zugreifen. Genau, also ich habe mich abgemeldet, das Boxebel-Laufwerk ist erstmal weg. Und genau. Wir starten Boxebel-Laufwerk. Also Boxebel-Laufwerk hat sich auf dem anderen Bildschirm geöffnet. Eine Frage. Muss dies für jedes Verzeichnis erneut verrechtet werden oder kann man auch eine Default-Einstellung für das ganze Laufwerk einrichten? Boxebel-Laufwerk arbeitet immer, oder wir empfehlen besser gesagt immer, dass Sie mit Stammverzeichnissen arbeiten. In dem Fall, wie ich die OneDrive jetzt eingerichtet habe, müssten Sie quasi in diesen Oberordnern, Personalabteilungen, Firmenordner etc. die Berechtigung vergeben, aber dafür hätten Sie dann zum Beispiel diese Gruppe, in der jedes Mitglied ist. Wie gesagt, das müssen Sie schon initial einmal machen, aber nur in diesem Stammordner und danach vererbt sich alles runter. Alles klar. So, dann melden wir uns einmal mit Jane Doe an. Und ich hoffe, ich habe noch das richtige Passwort. Genau, also das ist jetzt das temporäre Passwort, das wir schon vorhin für Jane Doe erstellt haben. Genau. Erster Login von Jane Doe. Das heißt, Jane Doe muss ein neues Passwort vergeben. Wir erinnern uns ganz kurz, Jane Doe ist ein Mitglied der Organisation, das heißt, der Masterkey ist für Sie aktiviert. Und Jane Doe ist Mitglied in der Gruppe Personalabteilung, meine ich, oder Buchabteilung. Das finden wir gleich heraus, weil wir können eben selber als Nutzer überprüfen, welche Berechtigungen wir haben. Falsches Passwort ist eingegeben von mir, da sehen Sie ganz kurz, wie es aussieht. Angenommen, ich wäre jetzt ein normaler Nutzer und würde mein Passwort nicht mehr wissen, könnte jetzt eben der Administrator mich zurücksetzen oder meine bereits verschlüsselten Daten, haben wir jetzt keine, aber angenommen, Jane Doe hätte verschlüsselte Daten, könnten wir die über den Masterkey wiederherstellen. So, also ich habe jetzt hier ein ganz kurzes Problem. Einen Moment mal. Genau, also, während ich mich kurz neu anmelde, können Sie gerne noch mehr Fragen stellen. Natürlich. Also ein kleines Problem. So. 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 So, genau, jetzt schauen wir mal, wo Boxhub da ist. Genau, ich bin jetzt angemeldet. Vermute ganz kurz, also ich hatte gerade eine Fehlermeldung, die wird wahrscheinlich mit unserer Demo-Account. Aber wir sind jetzt angemeldet, ganz kurz hier nochmal in die Boxhub der Einstellungen. Konto Jane Doe und Jane Doe ist aktiviert. So, wie gesagt, es ist jetzt die gleiche OneDrive, nur natürlich eine andere Boxhub. Das heißt, die physischen Daten liegen hier gleich. Und da sehen wir gleich, obwohl wir innerhalb von Boxhub der Laufwerk sind, ist hier ein Ordner noch verschlüsselt. Und warum das so ist, können wir ganz einfach nachverfolgen. Wenn wir hier auf Berechtigungen verwalten sehen, sehen wir schon, Jane Doe hat eben keinen Zugriff. Und wir können kurz überprüfen, genau, das ist der Buchhaltungsordner, den ich vorhin erstellt habe, auf den nur John Doe Zugriff hat. Hingegen auf den Ordner Personaldaten können wir ganz kurz Berechtigungen anschauen. Jane ist eben Mitglied in der Personalabteilungsgruppe und kann deswegen hier auf die Personaldaten, zum Beispiel auf diesen Arbeitsvertrag, ohne Probleme zugreifen. Jetzt einmal ganz kurz, um Ihnen zu demonstrieren, wie der Masterkey funktionieren würde. Jane Doe erstellt natürlich jetzt hier Janes Daten einen Ordner. Und in diesem Ordner erstellt sie zum Beispiel ein Textdokument, auf dem steht, das ist sehr geheim. Und da haben wir eben eine sehr geheime Nachricht, geheime Nachricht, nicht verlieren. Genau, der Anwendungsfall, das können Sie sich jetzt selber überlegen. Jane wird gekündigt, Jane verlässt das Unternehmen oder Jane vergisst schlichtweg ihr Passwort. Jetzt warten wir ganz kurz noch, bis Janes Daten hier synchronisiert sind. Das ist nicht von Boxhub der Abhängigkeit, sondern von der OneDrive. Und sobald wir hier synchronisiert sind, können wir ganz kurz nochmal den Account wechseln und ich zeige Ihnen, wie der Masterkey aktiviert werden kann. So, genau, sind wir fertig und ich melde mich einmal wieder ab und wir melden uns mit dem John Doe an. So, genau. Einmal das Boxhub der Laufwerk erneut. So, wir sehen jetzt hier Jane's Daten, aber wenn wir versuchen darauf zuzugreifen, sehen wir ganz kurz Zugriff verweigert. Und wenn wir es jetzt öffnen würden, kriegen wir hier einen falschen Parameter, also schlichtweg die Datei ist verschlüsselt. Und wenn Sie jetzt als Administration den Masterkey aktivieren möchten, gehen Sie wieder auf die Einstellungen, auf den Kontotab und drücken hier einmal entsperren. Dann müssen Sie das Passwort eingeben. Und genau, in dem Fall, in meinem Beispiel, haben wir jetzt den physischen Zugriff schon, aber Sie müssten, genau, da kam nämlich gerade die Frage, könnten Sie die Datei löschen? Genau richtig. Also dieses, die physische Dateizugriff, das heißt, hat man Zugriff, hat man Read oder Write Access, das ist etwas, was nicht Boxhub der übernimmt, sondern das übernimmt Ihre Systemkonfiguration, zum Beispiel auf Ihrem Server, auf Ihrer OneDrive. Deshalb, man könnte, klar, die Datei löschen, aber darauf zugreifen können Sie eben nicht ohne den Masterkey. Wir haben den Masterkey jetzt gerade entsperrt und wenn wir jetzt die Datei öffnen, sehen wir es hier, sehr geheime Nachricht, nicht verlieren. Und das ist die eine Funktion vom Masterkey, dass wir eben darauf zugreifen können, was wir jetzt noch zusätzlich machen könnten, zum Beispiel, wenn es ein Riesenordner ist, könnte John, dadurch, dass er jetzt den Masterkey aktiviert hat, auch hier sagen, eine Gruppe hinzufügen mit den Berechtigungen. Oder eine Nutzer zum Beispiel. So, das war es eigentlich von dem und jetzt kommen wir noch ganz kurz zu SharePoint und zwar, wie wir SharePoint Online mit Boxhub verwenden können. Ich habe es ja schon zwei, dreimal kurz erwähnt, also wir haben eben die Herausforderung, dass wir nur dann eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung so richtig anbieten können, wenn die Daten physisch verfügbar sind, das heißt lokal synchronisiert. SharePoint Online ist natürlich ein tolles Tool, sage ich mal. Es ist wirklich sehr angenehm zu nutzen, aber die Daten sind alles online verfügbar. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie haben ganz besonders schützenswerte Daten und das möchten Sie nicht unbedingt auf den Microsoft-Servern haben, aber schon irgendwie über SharePoint Online darauf zugreifen. Microsoft hat eine sehr angenehme Funktionalität. Ich bin jetzt hier in einer SharePoint-Seite und gehe hier auf die Dokumente. Und wir müssen im ersten Punkt, ja, die SharePoint-Dokumente aus diesem Team synchronisieren. Einmal Documents und da sehen Sie schon, wir haben hier einen Sync. Wichtig ist, dass Sie natürlich die OneDrive installiert haben und in dem Moment, wo Sie auf Sync klicken, genau, öffnen wir gleich unser OneDrive. Und es wird jetzt in die OneDrive gesynkt. Microsoft OneDrive, exakt. Und ja, innerhalb von ein paar Sekunden wird Boxruptor automatisch das neue Laufwerk erkennen. So, jetzt warten wir ganz kurz. Genau, da ist es schon, diese Compa GmbH, jetzt hier gerade neu aufgetaucht. Und im Prinzip haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, mit den Daten zu arbeiten. Also dieses Dokument war schon davor hochgeladen. Sie haben natürlich auch jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel, ein neues Word-Dokument hochzuladen. Auch hier wieder, ja, verschlüsseln. Boxruptor fragt Sie in dem, gerade eben, ob wir verschlüsseln möchten, weil der Ordner per se nicht verschlüsselt ist. Dann können wir jetzt hier sagen, geheimes Dokument. Und das Dokument ist jetzt verschlüsselt. Und wenn wir hier zurückgehen, sobald das synchronisiert ist, wird das verschlüsselte Dokument hier auftauchen. Jetzt höre ich Sie schon, wie Sie sagen, ja gut, das ist ja jetzt nicht wirklich so, wie wir es uns vorgestellt hätten. Klar, einerseits müssen wir sagen, Sie haben gewisse Abstriche mit der Datensicherheit, aber andererseits, wir arbeiten dran. Und vielleicht haben Sie es schon mitbekommen in unserem Newsletter oder auf unseren sozialen Kanälen. Wir arbeiten aktuell an einer Microsoft Teams-Unterstützung. Und zwar, dass Sie im Microsoft Teams-Client die Möglichkeit haben, mit verschlüsselten Dateien zu arbeiten. Und nachfolgend auf diese Microsoft Teams-Integration wird dann auch zukünftig eine SharePoint-Online-Synchronisation kommen. Wenn das Thema Sie interessiert, also wir werden vermutlich, wir sind relativ gut im Zeitplan, Ende Juni diese Microsoft Teams-Integration in einer ersten, noch simplen Version, aber releasen. Sie können dann gerne auf boxsuper.com.de slash Microsoft-Teams gehen. Wir haben da einen speziellen Newsletter. Das ist nicht der normale Newsletter, sondern wirklich für dieses Microsoft Teams-Thema. Und genau, ich kann Ihnen leider, ich darf Ihnen noch nicht, also dürfen schon, aber ich kann Ihnen leider aktuell noch nichts zeigen. Wir sind in der Entwicklung. Ich habe schon eine interne Demo gesehen. Und im Prinzip wird es so aussehen, Sie haben in Microsoft Teams Apps und da haben Sie einen Explorer, wie Sie ihn kennen, dann über Boxcryptor. Da haben Sie die Möglichkeit, eben verschlüsselte Dateien, die zum Beispiel mit Dateinamenverschlüsselung versehen sind, auf diese Dateien zuzugreifen und in Zukunft auch zu bearbeiten. Super, genau, dann, also ich bedanke mich jetzt nochmal ganz recht herzlich. Ich wünsche denjenigen, die in den Bundesländern wohnen, morgen einen schönen Feiertag, ansonsten noch eine angenehme Restwoche und ich würde mich freuen, wenn ich von Ihnen höre nochmal. Dankeschön.